So, hallo, schnelle Runde Fortnite. Also schnell, keine Ahnung, aber wir nehmen mal eine Runde Fortnite auf wieder. Es dürfte hier ein neuer Auftrag aufgetaucht sein. Ne, zwei sogar. Faszinierend. Tritt einen Strandball und einen großen Strandball. Das wird wahnsinnig schwierig sein. Okay, ja, genug Möglichkeiten, das zu tun. Feuere die Feuerwerk-Leuchtpistole beim mächtigen Monument oder bei Tilted House up. Okay, dafür muss ich die kurz finden und dann dort halt abfeuern. Egal wo. Entweder da oder da. Okay, das könnte sein, dass wir das nicht sofort hinkriegen. Ich muss die halt erst finden. So, aber dann muss ich sie da einmal abfeuern. Gut, kriegen wir hin. Ansonsten, was man im Blick haben könnte, da an der Stelle Truhen durchsuchen. Schrotpatron, okay, automatisch läuft das. Ja, und das geht, okay, muss ich nur dran denken nach fünf Sekunden nach dem Sprint nach einem Vorsprung. Okay, das sind zwei relativ schnelle tägliche Missionen. Sollte also gut XP möglich machen. Gut, wir gehen rein. So, und mittlerweile läuft auch die Q-Mo-Playlist wieder. Ich hoffe nicht zu laut, aber hörbar, ne? Ja, wo steigen wir denn aus? Ich kann mich, wenn ich kein spezielles Ziel habe, ne? Ach doch, wir haben ein spezielles Ziel. Wir müssen ja Strandwälle kicken. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich kein spezielles Ziel habe, kann ich mich halt echt kaum entscheiden, wo ich hin will. Finde ich super schwierig irgendwie, aber passt schon. Wir müssen auch mal gucken, wen wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Also wer von den ganzen Charakteren, die es noch gibt, noch nicht angesprochen worden sind von uns. Das ist auch noch so eine Sache. Was ich immer wieder verpeile. Aber ist egal. So, komm, wir starten mal bei dem Haus hier. Ähm, okay. Sehr gut. Nicht so gut. Hä, bin ich dumm? Wo ist denn die Kiste? Oh. Oh, lol. Wir sind genau am Rand des Gebiets. Nice. Okay. Sehr schön. Oh, sehr, sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal weiter Richtung Strand. Schön langsam und vorsichtig. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut, na? Wartet mal kurz. Ähm. Jetzt. Hing gerade alles, deswegen kam ich nicht weiter. Hallo, wie komme ich hier wieder raus? Okay, jetzt. So. Ja, chill doch. Ist doch alles gut, Kollege. So. Hi. Bin ich eigentlich richtig auf dem Weg zum Strand? Ja, passt schon. Ja, da sieht man auch schon die Statue. Wenn ich jetzt noch eine Leuchtpistole auf dem Weg finden würde, könnte ich das andere auch gleich mitmachen. Aber ich darf auch nicht zu lange mich jetzt hier aufhalten. Ach, bin ich gerade erschrocken. Oh, meine Nerven. Oh, nice. Oh, ich bin zu langsam. Okay. Na ja, komm. Schnell zum Strand und kurz Bälle kicken, dass wir wenigstens das weg haben. Die Leuchtpistole können wir auch bei Tilted Towers hier abfeuern. Uh, Majora's Mask. Episch. Hui. So, wo sind die Bälle zum Kicken? Da ist ein großer Ball zum Kicken. Zack. Jetzt noch ein kleiner Ball. Habe ich mit der schon gesprochen? Da ist jemand zum Sprechen. Ich glaube schon, oder? Hi. Ja, kommt keine Meldung. Schade. Alter, ich werde doch noch einen kleinen Ball finden. Moment. Kann ich das mal markieren gerade? So. Da drüben. Oh, ich sollte mal aber meine Waffe ausrissen. Erstmal schnell den Ball kicken, dann können wir den Rest machen. So. Mist. Okay, jetzt kommt aber schon die Zone. Na, dann hauen wir ab. Ah, schwierig ab. Mh. Mh. Wir hauen anders ab. So, ab dafür. Wir waren ja schon mal außerhalb der Zone, blöderweise. Na, jetzt müssen wir halt da wieder hinkommen. Oh Gott. Du bist so schwerfällig, ne? Okay, wir wechseln. Klappe. Jetzt hört man die Musik aber gar nicht mehr. Ist auch nicht gut. Oh shit, wo bin ich jetzt gelandet? Aber ich bin ganz ungünstig gefahren, ne? Ja, ich bin ganz ungünstig gefahren. Wuuu. Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das... Oh, leck mich doch am Arsch. Gott, war das dumm. Okay, jetzt kann ich mich erst mal komplett heilen. Ah. Musik noch mal ein bisschen lauter wieder. So. Gott, war das blöd gerade mit dem Schild. Wo muss ich dann als nächstes... Okay. Ganz woanders hin. Da wäre die Tankstelle wieder, ne? Ja, dann holen wir uns ein Auto. Das dürfte am leichtesten sein. Wenn ich jetzt noch zufällig eine Leuchtpistole gewesen wäre, das wäre sick gewesen. Wir haben hier ein Auto, insofern kommen wir jederzeit schnell weg. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Ach, ich habe mich noch gar nicht irgendwo hochgehangen nach dem Rutschen. Siehste? Ich habe mich noch komplett vergessen. Äh... Wuii... Oh, scheiße. Moment. Hat das gezählt? Nee. Wo sind die denn alle, die ganzen Millionen Kisten, die ich hier sehe? Das ist mir hier anzeigt. Okay. Hä? Da oben drin wieder, na? Ja, ja, genau. Da oben drin wieder. Genau. Uh, auch nicht schlecht. Ah, shit. Okay, ich muss, ich muss die Sounds in Fortnet mal ein bisschen leiser machen, glaube ich. Oh, das war aber das letzte Mal, glaube ich, nicht so übertrieben laut. Da habe ich trotzdem die Musik noch gut genommen. Jetzt höre ich die Musik kaum. Oh, ich muss die Musik wieder lauter machen. Oh. Schon wieder vorbei, unsere Fahrt. Ja gut, wir sind weit genug gekommen. Ich denke, den Rest können wir laufen. Ja, passt schon. So, Schüsse waren aus der Rechte und aus der Rechte. Okay, die müssen jetzt aber schnell alle herkommen. Jo, hier ist richtig Party. Wo ist denn da einer? So, wie sehe ich die denn nicht? Ja. Wer sieht uns noch nicht, ne? Oh. Okay, hat sich erledigt. Takashi! Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, Waffen können so bleiben. Okay. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Bull. 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 vergiss es einfach was hat er denn damit oder hat eine stachlermaschinenpistole und hat es nicht damit geschafft okay interessant aber ist okay ja klar warum nicht muss ja auch nicht kann ja auch nicht immer alles klappen da drüben sind wieder schüsse es ist halt immer so ein glücksspiel wer findet wen als erstes hätte da unten längst oder was witzig wo sind wir jetzt hin we talk wo sind jetzt hin wer gibt es das denn oh die zone kommt schon wieder wo ist denn der typ jetzt hin er ist einfach weg wo ich bin hier gar nicht richtig ja so ein bisschen richtig bin ich hier da ist noch nicht so optimal vor allem weil ich keine sehe die müssen doch die dürften doch gar nicht so weit weg sein gut da sind schüsse das sind dann schon mal mindestens zwei einfach mit dem boot da läuft ein tier der typ der abgehauen ist der ist einfach jetzt echt geschafft einfach weg zu kommen ich bin immer faszinierend finde ich das schritte da unten ist einer ich habe nicht ich habe durch die farben nichts mehr gesehen dass es war so dunkel scheiße scheiße okay ist okay na schön dann weiter die nächste runde und ich mache die musik mit der runde ein bisschen lang oh oh lol oh lol oh der hat ihn komplett überrascht der hat ihn jetzt komplett überrascht na gut na gut machst du nix na so wir fahren schon wieder äh bus ähm ich würde mich gleich mal bei tilted towers tatsächlich hier runter lassen auch wenn das jetzt alles sehr mittig ist aber mit ein bisschen glück finden wir einfach eine von den feuerpistolen und können die sache gleich erledigen geh mal zur tankstelle das ist eigentlich mal ein ganz guter startpunkt so musik ist bisschen lauter geworden ich hoffe laut genug jetzt mal gucken wir werden sehen wir werden sehen oh ich sehe da was ach shit ich dachte da sind früchte dran da waren leider keine früchte dran oh das tut weh das war nicht klug das war leider alles andere als klug was ich da gerade getan habe aber was soll's so wir haben jetzt mal eine waffe mit ein bisschen glück ok dann krieg ich zumindest meine energie zurück so was macht das aha was hat das was tut das jetzt man weiß es nicht neuer ne weiß ich schon brauche ich nicht danke oh nice wichtig ok nicht so wichtig ähm hier hinten meister da ist was wir suchen optimalo optimalo zählt das jetzt hier schon wenn ich das hier abschießen ja nice oh shit ich glaube ich habe dadurch die wächter auf mich gezogen kann es sein oder beruhigen die sich jetzt wieder war dann rückblickend vielleicht nicht die beste idee also wenn die wenn die jetzt auf mich schießen gleich dann habe ich pech gehabt äh war über mir wahrscheinlich oder was jetzt habe ich immer noch nicht die geschichte gemacht mit dem hochziehen nach dem rutschen moment das machen wir zwar ganz schnell aber wirklich ganz schnell so wow ähm okay du wolltest das so ist der tiertyp jetzt auch noch da da war gerade einer mit dem tier aber ich glaube der hat sich verpisst ich meine natürlich verzogen jetzt werden wir übrigens gleich wissen wie beliebt wir bei den typen sind hier alles ist gar nicht hier hinter so 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 nein machen wir mal was das ist noch eins höher ich bin schon wieder zu unfähig so ne dumme dinge zu finden gibt es noch nicht ach da auch nett er ist schon schrotflinten okay die ist nice wir setzen wir mal hier mit so jetzt haben wir zwar fast nur schrotflinten aber es ist okay wo müssen wir eigentlich hin okay also wir kommen hier schnell weg weil genug autos hier sind alles gut und die wächter sind nicht auf uns scharf alles gut die waren nur ein bisschen überrascht hier ist jetzt auch niemanden Männer nee ja komm dann hauen wir ab wir haben getan was wir hier wollten unseren Daseinszweck haben wir schon längst erfüllt hier warum lassen Leute sowas cooles liegen ich werde es nie verstehen das ist voll gut das ding wieso lässt man das liegen ich mein mir soll es recht sein na mir soll es wirklich recht sein mal kapieren tue ich es nicht oh das Lied ist so gut das hat Kyumo selbst gemacht das war das was ich das ist das was ich immer wo ich immer nicht wusste zu welchem Spiel das gehört weil das einfach selber gemacht hat Moment jetzt mach ich lauter das muss ich lauter machen ich liebe dieses Lied Remember Always hat das genannt das ist so genial Genial ich weiß nicht ich finde die Melodie und alles das ist so ein gutes Lied was für ein Vogel ist es denn? normaler Vogel langweilig was für ein Vogel ist es denn? jetzt warten wir jetzt einfach auf Spieler suchen wir Spieler ist aber komisch wenn man nichts zu tun hat oh shit ähm geht es eigentlich nicht zu Darth Vader können wir Darth Vader eigentlich einfach umfahren oh das könnte jetzt schief gehen wir probieren es mal der ist gar nicht da hä hä ich dachte hier ist rot und dann ist ja hier der Darth Vader oder vielleicht würde auch schon alles hier kaputt gemacht das kann auch sein wieder drüber geschossen Problem ist ich habe keine Fernwaffe na jetzt sollen wir die nutzen aber die ist halt nicht so ja Leute komm nicht an die ist halt an sich gar nicht mal so wobei komm wir ersetzen wir ersetzen mal die so dann habe ich auch eine die ein bisschen weiter schießen kann und das ersetzen wir hier mit ok passt oh es zieht sich schon weiter zusammen ok ich kann nicht mitbekommen da drüben läuft einer ah hier sind die Typen aber der Darth ist nicht da ach das ist Darth Vader lol komm wir überfahren Darth Vader hihihihi oh Bruder Alter wie sein Schwert einfach fliegt irgendwie schon witzig hi ok ok schlechte Idee insgesamt nicht meine beste Idee ich wollte es mal ausprobieren ok ok folgen die mir jetzt oder was alter hier war hier ist die Krone ne Quatsch da ist noch so eine andere Waffe ok ah hier war Party seh ich schon oh oh ich bin auf der Flucht vor dem Dunkeln vor der Dunkelei vor der Dunkeln macht das wollte ich sagen einem der Sprit ausgeht verfolgen die mich jetzt eigentlich oh ähm oh Gott das war super knapp das hätte böse schief gehen können so was haben wir denn hier jetzt alles hübsches automatische Schrotflinte Streikersalbengewehr ok hmmm scheiße scheiße nice aber gleich noch einer ne wo ist der hin wo ist der hin fuck ey wo ist der hin fuck und wo schießt der alter wieso seh ich den nicht oh Bruder der ist irgendwo mhhh hat sich irgendwo gut versteckt ich seh den Typen einfach nicht er ist doch scheiße ich seh den ja scheiß drauf hab er halt nicht gesehen hat leider meinem Schild nicht gut getan den nicht zu sehen seh ich von hier oben jetzt vielleicht wo ich hänge Hilfe seh ich von hier oben vielleicht jetzt irgendwas weil zumindest der der mich abgeschossen hat kann mich grad nicht mehr abschießen weil der war ich bekomme grad nichts mehr ab also scheint es ok zu sein hmmm interessant das Lied ist jetzt wieder so ein bisschen zu laut ne aber ja ist in Ordnung würde ich sagen ich muss da rüber hilft nix aber gut der Bereich ist noch ziemlich groß wo jetzt was sein kann und 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 so Der Bereich ist tatsächlich noch relativ groß. Schlecht. Wo kam der her? Ah, fuck. Ey! Irgendwo hat er drüben. Steht der auf dem Ding drauf? Ja, der steht auf dem Ding drauf. Leck mich doch am Arsch. Okay, das hat nix gebracht. Schade. Alter, ja. Ist in Ordnung. Eine Chance. Keine Chance, den von hier zu treffen. Nee, keine Chance, den von hier zu treffen. Ja, scheiß drauf. Oh, ähm. Ich bin am... Ja, ich bin da hängen geblieben. Das war nicht so gut. Und ich hatte... Ah, aber mich hat ein anderer erledigt. Okay, mich hat ein anderer erledigt. Ich dachte, der Typ von da oben hat mich da bis hier runter gesnipert. Ey, aber der hat sich einen guten Platz gesucht, muss ich sagen. Mal gucken, ob der jetzt auch gleich das gleiche Schicksal ereilt. Ja, tatsächlich. Ja. Noch steht er... Ja, doch, doch, doch. Noch steht er da oben drauf. Sieht er ihn jetzt? Sieht der ihn? Der sieht den nicht, ne? Der weiß nicht, dass der da oben ist. Der ist auf andere Sachen fixiert. Ja, den erwischt es gleich von oben. Weil er es nicht sieht. Äh. Ja, ja, ja. Erstmal wieder was trinken. Ist er noch immer oben drauf? Weil die Zone wird ja gleich auch kleiner. Ja, der ist noch oben drauf. Ich gucke das jetzt noch kurz zu Ende, dann machen wir den Part aus. Weil viel kann ja nicht mehr passieren. Das müssen jetzt bald alle sein. Ah, jetzt ist die Zone... Geht jetzt über die Figur. Jetzt muss der runtergehen. Alter, wo schießt der denn? Ob das gut geht, weiß ich nicht. Ähm, okay. Also diese... Ja, diese aufladbare Maschinenpistole ist so schlecht. Die ist einfach so schlecht. Ja, jetzt ist er tot. Der hat ordentlich gesnipert. Es können doch nicht mehr so viele übrig sein jetzt. Ne, vier Leute ist sogar noch übrig. Okay. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele noch sind. Jetzt wissen wir aber nicht, wer ja derjenige war, der auf dem Deck um drauf stand. Ja, die sind alle unten jetzt auf jeden Fall. Na gut, dann ist es nicht mehr so spannend. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Ja, ich weiß.